Ja, es gibt ja manchmal so eine Debatte, ist Wiesbaden eine Sportstadt, da sage ich immer so, ja was denn sonst? Hauen wir richtig einen raus, ich möchte das Tourhaus Wacken sehen. Es ist wieder spannend um den deutschen Meistertitel und das freut uns hier in Wiesbaden, oder? Auf geht's! Das ist meine erfolgreichste Saison in meiner Karriere, ob ich jetzt nochmal deutsche Meister werde, sind die ersten Maler jetzt bei den Herren. Vielen Dank!